So, wir sehen jetzt hier das Buffet vom Hotel Le Mauritius auf Mauritius. Es ist ein ganz, ganz tolles Buffet aufgebaut. Es gibt hier sogar am Abend extra einen Kinder-Corner, wo für die Kinder Essen zubereitet wird, was nicht überall ist. Es werden frische Sachen zubereitet, direkt aus der Hotelküche. Es gibt unheimlich viele Auswahl hier. Und das ist jetzt das erste All-Inclusive-Hotel, was wir uns angeschaut haben. Und es ist super, super schön. Das Personal ist sehr, sehr freundlich. Und es gibt wirklich alles, was man sich eröffnet hat. Also wirklich hier auch noch mal Obst in allem. Und jetzt noch das absolute Highlight. Also hier ist ein riesengroßes Gessertbefeel aufgebaut. Ganz, ganz leckere Sachen. Und dann auch eben halt für jeden Pfeffer. Vielen Dank.